Das fängt nur dann an, Musik zu machen, wenn ich einen Schatten auf die Fotozellen werfe. Es gibt 15 verschiedene Melodien, die repetitiv sind, also wie Minimalmusik. Und die kann man kombinieren, wie man will. Ich war daran interessiert, dass ein Kunstwerk nicht statisch ist, sondern veränderbar. Und auch nicht veränderbar von sich aus, sondern vom Betrachter aus. Ich würde sagen, diese Klangwand ist eine halbe Komposition und der Betrachter macht die andere Hälfte der Komposition. Musik 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 Das war's für heute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020